Okay, die gute Nachricht zuerst. Unsere Fernfangteams hatten einige Erfolge. Wir haben einen stetigen Nachschub an Sauriern für unser Kontrollzentrum. Das gefällt mir. Saurier von einer möglichen unkontrollierten Begegnung mit der Öffentlichkeit abzuhalten, gilt für mich als hundertprozentiger Gewinn. Und jetzt die schlechte Nachricht. Die bekomme ich gar nicht gern, aber das Austeilen macht irgendwie Spaß. Diese Tiere kommen mit einer unbekannten Krankheit an, die wir schnellstens in den Griff kriegen müssen. Och, come on. ZZ, ziemlich zügig. Dr. Durr. Wir können die Krankheit per Scan von unserer mobilen Veterinäreinheit aus diagnostizieren. Wir haben das schon bald unter Kontrolle. Das ist gut. Dann an die Arbeit. Jetzt bauen wir erstmal ein Gehege. Cool, dass ihr dir so ein bisschen zeigt, wie du steuern kannst. Ähm... Ich bin mir nicht sicher, wie groß das Anklügehege sein muss in dem Fall. Und um ein bisschen Platz zu sparen, weil wir nicht unbedingt wissen, was uns zukommt, Mache ich hier mal dicht? Limpfangen. Super. Okay, 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 okay. Ähm... Ah, Tür brauchen wir. Na, Tür. Jetzt glaube ich sogar aktuell das kleinste Gehege, wie es ausschaut. Ich werde, das müssen wir größer machen. So, jetzt hätte ich erstmal gerne, dass die Kollegen des... Transport abgestoppt. Teams hier... die zwei Hi-O-Piles anschauen. Das da ist ein bisschen blöd platziert, weil ich hätte hier gerne so einen Rundweg eigentlich gemacht. Die brauchen auf jeden Fall noch eine Fütterungsstation. Nee, brauchen sie gar nicht, weil die leben ja so. Die kriegen aber noch ein Wasser. Ich würde gerne einfach diesmal hier in der Mitte so ein Wasser ziehen. Nicht zu nah, die haben eine Keule hinten dran. So, warte mal, schauen wir mal, was brauchen sie denn? Äh, zu wenig Früchte und Blätterboden. Blätterboden. Ja, warte. Blätterboden. Früchteboden. Blätterboden. Und, wie gedacht, der Freiraum ist zu klein. Okay. Ähm, nehmen die einen medizinischen Scan durch. Gut, dafür müssen wir jetzt... Wo ist denn das? Ihnen hier Aufgabe hinzufügen. Währenddessen kümmern wir uns nochmal ums Gehege. Du musst das verstehen. Owen und ich sind bei diesem Projekt dabei, weil wir das Beste für die Saurier wollen. Äh. Wir wollen nicht, dass sie ausgenutzt oder manipuliert, verändert und beeinträchtigt werden. Wissenschaftszentrum. Sie verdienen eine Chance auf Leben, genauso wie jedes andere Lebewesen. Vielleicht sogar noch mehr, weil das Wunder der Wissenschaft ihnen eine zweite Chance gab. Also, forschen, ein Heilmittel finden und benutzen. Oder die Saurier sterben. Erneut. Und nein, das wird nicht passieren. Ähm. Erforsche folgendes. Forschung, hier. Tuberkulose. Wie ist der Schmal wieder? Grüb da. Ah, das war doch das da. Okay. Äh. Ich glaube, wenn ihr euch beide zuweist, geht es um einige schneller. Dann kriegen die von mir jetzt hier noch mehr Blätterboden. Ja. Die brauchen jetzt erstmal die passende Medizin. Ansonsten kommen wir nicht weit. Wie geht's denn uns sonst so mittlerweile? Bereich 1,6%. Der Freiraum ist immer noch bei 16? Ist mit Freiraum gemeint einfach nichts? Wenn ich jetzt hier so einen Kahlschlag mache. Gilt das als Freiraum? Das ist Freiraum. Okay. Gut. Aufgabe hinzufügen. Behandeln und behandeln. Gut. Ähm. Dann. Lass mich nochmal kurz das ganze hier neu gestalten. Ich hab jetzt ja alles voll gepflanzt. Das ist ja dann wieder auch nicht unbedingt das Ziel. Dann kriegt ihr Wald Blätterboden. Auf beiden Seiten. Schau mal. Jetzt müsste ja rein theoretisch das wieder... Es ist nach ihnen halt der Freiraum wieder riesig. Ah, jetzt entdecken sie das ganze. Und machen das zu ihrem Gebiet. Dann wird auch der Freiraum ist ganz größer. Ich habe erfahren, dass wir unsere Fangquoten steigern sollen. Können sie das bestätigen? Ja. Wait. Wo und wann bist du ausgekommen? Hä? Ähm. Leute? Wo zur Hölle ist denn der ausgebrochen? Der Zaun ist doch zu. Unterwegs, um Produkte abzuholen. Kohabitation. Jede Spezies hat einen Territorientyp. Informationen findest du im Saurier-Territorium-Tafel. Wenn ein Saurier-Territorial Kompatibilitätspräferenzen aufweist und beispielsweise einen anderen Territorientyp bevorzugt, kann er seinen Platz teilen, ohne dass sie sich dabei unwohl fühlen. Wenn sich zwei Spezies jedoch nicht vertragen und sich ihre Territorium überschneiden, erhöht sich die Unbehaglichkeit. Okay. Gebäude abgeletzt. Ja, die kennen wir noch aus dem ersten Teil. Wenn man sagt, wie der ausgekommen ist, wäre ich schon mal happy, weil ich habe keinen Plan, wo der noch sein soll. Ich hätte auch keine Info, dass ein Loch im Zaun ist. Sobald er in der Luft ist, machen wir den Schutzraum zu. Äh, Schutzraum wieder auf. Oder zu in dem Fall. Er ist in der Luft. Wir wissen zwar nicht, woher er kam, aber er ist in der Luft. Schließe den Hauptsitz der Naturschutzbewerber da ab, indem du Aktivpostenbewertung... Was? Er ist in deiner Anlage, indem du Explosion aussendest und deine neue Arten fangen. Okay. Ich werde über die Karte gehen. Äh, nee, nicht auf die Karte. Falsche Karte. Und hier dann... Oh. Baryonyx. Die Lophusus. Rathonox. Rathonox. So, die kriegen jetzt alle dann hier Gehege. Produktzustellung bestätigt. Und damit sollten wir so circa das Gelände teilen können. Und wir angeblich sind wieder kein Strom. Hä? Wie? Kein Strom. Wo heißt es jetzt hier kein Strom? Hä? Wo denn? Du bist ein Stromproduzent. Warum solltest du keinen Strom haben? Hä? Bitte was? Gott, die verwirren mich schon wieder. So, wir räumen mal die Gebiete, bitte. cool, wenn wir das ein zu einem Gebiet machen könnte am Ende. Ähm. Oh, Alter. Eins von zwei gefangenen. Oh, Gott. Saurier transportieren. Weiter. Produkttransport wird durchgeführt. Fünf Stück. Ich sehe Probleme aufkommen. Oh, Gott. 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 Ich kann hier angeblich... Wo war das? Saurier? Nee. Und für deinen Agenten sichtbar sind. Hat z.B. für dich noch keinen Expeditions-Turm gemacht, damit man die sehen kann. Ich das z.B. wenn ich auch hier brauche und auch hier benötigen werde. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Äh. Aufgabe übergeben. Ihr müsst immer nur einen anschauen, wie es ausschaut. Ja, okay. Wie kriegt ihr noch? Alles gut. So, warum hat der jetzt z.B. wieder Strom? Das verstehe ich jetzt wieder gar nicht. Warum haben denn die jetzt alle Strom? Oder haben die noch nicht alle Strom? Ah, das ist nur sozusagen angezeigt worden. Den einen habe ich jetzt verbunden und hat trotzdem Strom. So, okay. Jetzt will ich wissen, was ist hier? Zu wenig Nüsse und zu wenig Wasser. Und ihr wollt Nüsse. Komfort, 100% scheiße. Erwisch die Stelle. Super. So, mein Freund. Du brauchst nur einen Wald noch, oder was? Ja, das können wir schnell erledigen. Du kannst hier einfach einen Wald hin. Zu wenig Blätter Boden. Verlieben bei Koopitation. Mag nicht Hadosaurier. Ah, die hier unten mag er nicht. Die hier oben mag er. Kara Top-Sit. Du bist ein Cosmo Top-Sit. Okay, also ich kann jetzt rein theoretisch gucken. Nee, warte mal. Ich kann euch jetzt anschauen. Hierhin. Und sagen, ihr mögt zum Beispiel Sauropoden oder Ceratopsid. Bist du kein Ceratopsid? Nee, du bist ein Cosmo. Meine Maul. Meine Tastatur ist ausgefallen. What? Okay. Ah, du hast keinen Treibstoff mehr. Haarschauen auffüllen. Das ist... Warum muss ich mich darum kümmern? Okay. Dann geben wir dir Auftrag, den mal anzuschauen und den auch mal aufzuschauen. So. Schau, wenn wir dich hier verkuppeln wollen mit irgendwas anderem. Ankylosauriadid. Was? So, wie das kommt? Haderosauridi. Der F1 versteht sich mit denen. Okay. Also, ihr versteht euch. Wenn du ein Keratopsid noch bist, dann versteht ihr euch alle. die faire gleich? Es ist